Auch der große Dschungelwurm ist ziemlich einfach, man muss ebenfalls nur drauf prügeln. Wir starten am Dungeon Zwielichgarten an der Wegmarke, laufen ein Stückchen nach unten und biegen hier rechts ab und sind im Grunde auch schon da. Es gibt ein paar Prequests, die sind auch relativ simpel, es bauen immer so 1, 2, 3 leichtere Gegner, manchmal auch kleine Mobgruppen, die niedergewalzt werden müssen, in der Gruppe alles gar kein Problem. Nachdem die Events erledigt sind, geht es dann weiter zum großen Dschungelwurm und auch da heißt es wie gesagt einfach nur darauf prügeln. Der große Dschungelwurm ist da. Dschungelwurm Untertitelung des ZDF, 2020 White Bunch